Buonasera, Signore, Signore. Benvenuti bei Italien Mercy. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, was unsere Themen von Metro bis Sonntag für euch vorbereitet. Ciao, Buonasera, Adria. Seid mal unsere liebe Gäste. Wir haben hier viele leckere Sachen in Italien. Wir haben hier einen Kartoffel von Grillen, wir haben hier Pfunde von Grillen, Torade, frisches Gemüse, leckere Gambas, Rosmarin-Kartoffeln, Kimpfriesringe und italienische Weibkuchen. Und ich bin bald weiter hier an meinem Mako, mein Freund. Buonasera, Signore, guten Abend. Herzlich willkommen in Italien Mercy. Hier zum Beispiel sehen Sie, wir haben jeden Freitag Abend und Sonntag haben Spaghetti alla Parmigiana di Gran Padano. Nebenbei haben wir, schauen Sie mal hier, wie lecker das ist, wunderbar. Weiter geht es hier zu unserem Pizza-Ftag. Wir haben hier schöne Pocaccia alla Piletrano, Trizzettini. Dann haben wir unsere Klassiker, Margareta, Spinacchi, Fungi, Brokkoli, Salami, Hawaii, Tonno, Tonno Cipolla. Und natürlich nicht, da fehlen Schartamente unsere gefühlten Brötchen. Und zwar einmal mit Tuffischgefühl und einmal mit Käse. Unsere Chabatte per Bruschetta und hausgemachte Pizza-Brötchen. Das ist bei uns auf der Tasche zu. Grazie. Weiter geht es hier mit meinem Kollegen in der Tasche. Buonasera, Signore, Signori. Hier haben wir unsere Vorspeise. Mariniere Gemüse. Tuffisch mit Bohnen. Mariniere Gemüse. Mariniere Gemüse. Campinger, Mariniere Gemüse. Cabonata. Zucchini. Champignon Marinier. Mariniere Gemüse. Paprika. Zucchini. Mariniere Gemüse. Piperronata. Sardelle. Sister Gallagher. Gerichtur Barschino. Tomate. Fershüde Paprika. Putra mit Himmelsen. Schenke und Melone. In die anderen Seite haben wir die Fershüde Salat. Fershüde Salat. Bawa Salat. Tomate mozzarella Salat. und rucola salate. Hier gibt es noch unser Pistello, Sarpaccio. Auf der anderen Seite haben wir die Tomate Mozzarella, Wurstplatte, unsere Rotebete und Verschiedene Dippe. Auf der anderen Seite haben wir die Warmestage und wir gehen wieder. Allora, Buonasera, un'altra volta. Allora, wir presento unsere Lasagne und unsere Paste, wie Spaghetti, Tortelloni, Regatoni, Gnocchi, Fusilli, Penne, Conchiglie, Farfalle. Hier haben wir die Pasticse, die Nudel Auflauch, die Lasagne als Tonno, die Lasagne als Spinach, die Timballe, die Kartoffel, die Schweinebraten, die Fegato Italiener, die Patate a Rosmarino, dann haben wir die Salsicce, sehr bekannt, die Kaninchen, dann haben wir Risi, dann haben wir Funghi, dann haben wir, die Mediterraniener Braten, das wäre der Polpettone, dann haben wir Peschen, Kalamari, Polpettone Italiener, und dann haben wir viele verschiedene Sorten Fagiolini, Fenken, Spinach, Pomodori ripieni, Tavolfiori, und dann haben wir Funghi Misti. Adesso do, meine Kollegin Vanessa, sie ist dafür zuständig für unsere Nachgerichte. Ciao Vanessa! Hallo, hier haben wir unsere warmes Bessere, unsere Brownies, Quampel, Kirschlasagne, hier haben wir unsere Tierenzusorten von Klassik, Caramell, Erbe, Vanille, unsere verschiedene Cremesorten von Mandelcreme, Amaretto Creme, Mokka Creme, hier haben wir unsere Panna Cotta, Götterspeise, Rolfsalat, verschiedene Obst-Valifikationen, Schokofokus, und unsere Käseplätze. Allora, Signore, ancora eine Volta, noch einmal, von Mittwo bis Oma, unsere Team, Atalio, wünschen Ihnen schöne Grüße und tanti Saluti. Ciao! Ciao!